Willkommen zurück. So, weiter geht's, oder? Könnt's weitergehen? Ich weiß, ich hab alles verhunzt. Ich, äh, du bemühst dich, ich versteh's. Ja, es gefällt mir beides nicht. Ja, komm. Du brauchst mich, und ich weiß das. Aber das ist nicht die Antwort. Es ist die einzige Antwort, die ich habe, Chloe. In ein Millionen Jahren, ich nie dachte, dass du David wählst über mich. Ich bin sorry, dass ich das für mich genommen habe. Ich bin nicht wählst jemanden über jemand anderen. Es geht um die drei von uns zu haben, zusammen. Das hatte sie doch. Das weiß sie, und darum ist sie doch auch so. Ihr Vater ist tot. Sie hat ein Stabilis zuhause, den Arsch. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Aber es geht mir immer so nah. Das ist so krass gemacht, das Spiel. Das ist Wahnsinn. Ich kriege schon wieder ganze Haut, ja. Es wird gespeichert. Nimm doch keine Drogenmädchen. Drogenmädchen. Ich weiß nicht, wenn sie nicht mehr conversions wird. Das ist schon zusammen. Wie das ist immer so hart? Blackwell ist mit mir fertig. Ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Ist das Junkyard all I've got left? Ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Ist das nicht ihr Auto? Was ist das? Was ist das? Die erste Sache, die es braucht, ist eine neue Batterie. Ich weiß nicht, ob ich einen hier finden kann. Ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Okay. So, Gott sei Dank. Chloe, David versucht das zu tun, was er für das Beste hält. Ja. Ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe, dass Joyce so handelt, weil sie nicht weiter weiß. Aber es ist auch nicht richtig von ihr, dass er das Ruder übernimmt, wo er weder mit Chloe verwandt ist, ich weiß noch, dass er ihr irgendwie wirklich nahe steht oder wo er eine Bindung aufgebaut hat, dass er gleich ihr immer in die Fresse tuckert. Das ist verkehrt. Er ist so ein Idiot. Er bemüht sich. Es hat nicht geholfen, dass du dich geweigert hast, deine Taschen zu leeren. Egal, ich spiele bei seinem Machtrausch nicht mit. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Ja, selber schuld. Die Frau hat trotzdem eine selber schuld. Das ist so. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Ja. Das hat sie aber ein bisschen selber verkackt, die Mama. Das definitiv. Das hat sie definitiv selber verkackt. So, die Batterie war im Moors. Drück und halte. Batterien finden und in den Truck einbauen. Alles klar. Das mache ich doch sehr, sehr gern. Hier ist der Schläger. Kann ich den mitnehmen? Nö, ne? Ich denke, ich bin jetzt alles verbrannt. Cool. Ich kann hochklettern. Hm. Cool. Ich kann hochklettern. Hm. Cool. Ich kann hochklettern. Hm. Ich will da jetzt hoch. Ich weiß nicht, was es da gibt, aber ich will da jetzt rauf. Wenn irgendeiner wagt, mich in diesem Spiel zu spoilern, werde ich böse. Wehe. So. Ist da oben irgendwas wichtiges oder warum können wir da raufklettern? Können wir da ein Graffiti machen? Oh, der Himmel. Shit. Ach, das ist noch vom... Oh, der brandt. Es brennt immer noch, ne? Oh, fuck. Oh, ist richtig schön gemacht. Hier ist ne Haube. Graffiti. I don't know. Vergrabener Schatz oder Friedhof? Vergrabener Schatz. Gold. Jetzt schreibt sie mit rechts. Ist euch das mal aufgefallen? Entweder schreibt sie mit links oder sie schreibt mit rechts. Errungenschaft freigeschaltet. Radikal... Piratikal. Achso, radikal, piratikal. Alles klaro. Na, Schatzkarte. Alles klar. Gucken wir einmal hier rein. Hier. Oh nein. Ich hab eins irgendwo... Ich will das haben. Ich weiß nicht wo. Ich will aber alle haben, man. Noch höher? Kann ich hier noch irgendwas anstellen? Ich will nicht runter. Ich will noch mal gucken. Ne, ich kann nur dann da hoch. Ah. 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 Füße. Ich weiß, was sie meint. Irgendwie wollte... Ich denke, sie wollte irgendwas Böses tun, aber eigentlich wollte sie es auch nicht. Aber irgendwie doch. Feuer ist eine verdammt gefährliche Waffe. Feuer ist... Vernichtend. Zerstörend. Gutsche. Alles klar. Oh. Wer bist du denn? Du bist ne Quatschnase. Ich dachte, das wäre eine Batterie. Hm. Radio. Pisshead. Pisshead. Ja, die Schatzkarte hast du doch schon fertig. Ich weiß nicht. Oh, ich komm da nicht rein, ne? Schade, schade. Oh je, mini, oh je, mini. Ein Poster? Nein. Nein. Das ist ein Vortex Club. Ich würde mich nicht freuen. Vortex Club. Kunter bunter Wahl. Außenseiter vereint euch. Seid, wer immer ihr seid, wenn wir Essen trinken und fröhlich sagen. Fuck you an Regan und sein repressives Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe. Blackball Academy Jahrgang 81. Ach du wat. Echt. Echt. Cool. Ja. Ich kann mich an das alles hier noch voll erinnern. Aus dem ersten Teil ein Teppich. Ah. Ja. Haben wir da ne schöne Batterie drin? Ich wollte grad sagen, die sieht genauso kacke aus. Das brauchst du auch nicht mein Kind. Brrrr. Irgendwie so auf dem ersten kleinen Moment hat mich das an Sailor Moon erinnert. Wie komme ich denn an den Werkzeugkasten? Das ist, ja. Also wie gesagt, ich kann Joyce verstehen, ihre Mutter. Ich kann Chloe verstehen. Das ist hart. Tja, das musste auch nicht Mädchen, das musste auch nicht. Also wie gesagt, die Mutter ist es halt einfach nur super falsch angegangen, dass sie ihn hat. Was ist das? Eine Box? Ist das eine Elvis? Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hinten haben wir alles angeguckt. Mich machen auch Leute sauer, die ich schon lange kenne. Und auch oft Leute, die ich nicht lange kenne. Und mich machen besonders Leute sauer, die versuchen dich zu zerstören, obwohl sie selber der letzte Dreck sind. Und das ist das Allergeilste. So richtig hinterfotzige Menschen, die kein eigenes Leben haben, sondern nur versuchen, sich auf andere zu konzentrieren, die anscheinend super interessant sind. Ich finde es so schrecklich, weil Menschen sich einfach immer gegenseitig fertig machen wollen. So gäbe es die Menschen nicht, hätten wir einen viel gesünderen Erdball. Kann ich nicht in den Bus gehen? Och Mann. Hier, die kann ich wieder mitnehmen, oder? Achso. Das ist doch ein super Haustier. Die kann ich nicht mitnehmen. Richtig, 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 richtig. Hier, was ist... Kann ich den aufmachen? Ich wollte öffnen. Ja, ja, mach auf. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Geht. Bei meinem Auto musst du das einhaken, dass sie oben bleibt. Sehr schön. Mit einer Kralle. Super. Was gibt es denn hier noch so schönes? Platzdeckchen? Du gehst halt hin, ohne zur Schule zu gehen. Nützt ja nix. Das heißt Füße, eher Schuhe. Mit Schmutz dran, mit Straßenschmutz, mit Sand, mit Hundekot, mit auf jeden Fall Hundeurin, Urin, Spuren, Reste und alles drum und dran. Hunde pinkeln, denn Hunde pinkeln überall draußen hin. Ist so. Du bist schon tausend Millionen mal durch Hundepipi gelaufen. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Wo waren jetzt die Karre da? Halt. Ah ne. Und wie willst du ihn ohne den Schlüssel starten? Du hast doch gar nicht geguckt, ob das ein Zündschlüssel ist, oder? Mädchen, du kannst mir nicht sagen, dass es jetzt einfach Funktion opelt. Du willst mich verarschen. Schlüssel? Wie ist das? Das Ding braucht mehr Liebe, als ich jetzt geben kann. In der Zwischenzeit, vielleicht kann ich es ein bisschen spüren. Du kannst hier sitzen, aber ich habe die Tumbe. Okay? Gut. Ich hole was von zuhause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Und ich weiß auch, wo sie ist. Die Däcke. Platzdeckchen? Kriegen wir alles hin. Lauf! Lauf, Mädchen, lauf! Die Glühbirne ist da! Nimm sie mit! Ich mag ihre Sprüche. Haben die echt gut ausgesucht, die Entwickler. Also das ist richtig gut. So, dann hatten wir hier irgendwo noch das Deckchen da. Die Spritze brauchen wir nicht. Da, Platzdeckchen. Kann ich nicht nehmen? Ja. Okay. Ich bin auch von hier irgendwo durch. Hier, Fußabdreter. Ja. Das ist der Fußabdreter. Und dann hatten wir irgendwo noch irgendwas. Irgendwas. Super. Und, äh, wo bin ich denn da durchgegangen? Hier bin ich nicht durch. Ich bin auch irgendwo in eine Abkürzung gelaufen. Oder bin ich hier rum? Da geht nicht. Hier rum. Schläger brauche ich nicht. Papas Auto will sie nicht. Da brauche ich nicht hoch. Den brauche ich nicht. Der müsste hier gleich irgendwo kommen. Was ist das? Okay. Gut. Die Weihnachtsdeko brauche ich, denke ich mal, nicht. Da müsste die jetzt hier hinten irgendwo sein, ne? Da, der Teppich da, ja. Hä? Wie kann ich die nicht nehmen? Nimm doch jetzt bitte diesen ollen Teppich mit, Mann. Die will sie auch nicht. Hallo. Werkt euch das nicht? Ja, das auch nicht. Mann. Hm. Wird jetzt repariert. Das ist natürlich auch die richtige Fassung und alles, ne? Das ist natürlich auch die richtige Fassung und alles, ne? Ja. Jetzt brauche ich noch irgendwas zum Abdecken, ne? Ja. Aber wo finden wir das? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, wir finden das in der nächsten Folge, oder? Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hä? Ja.